Musik Hey Leute und schon wieder willkommen zurück zu Dragon Ball Legends Denn heute, ja es ist Mittwoch, ihr könnt euren Kalender nach Dragon Ball Legends stellen Wenn ein Update ist, es ist Mittwoch Wir haben ja einiges Neues, was wir auch gestern schon ein bisschen besprochen haben Hicks und zwar das Trio The Danger ist da Punkt Nummer 1 Beragamo und seine Kollegen Lavender und Brasil sind nun da Aber auch mit dabei ist etwas Neues und zwar Kakunza in Xtreme, die ist wichtig Warum ist die auch wichtig? Denn die hat eine Z-Fähigkeit, um das gegnerische Universum zu buffen Nämlich, die neuen 3 Wölfe sind gegnerisches Universum Bedeutet, Kakunza kann die ein bisschen auf der Ersatzbank unterstützen, wenn ihr mit den 3 Wölfen, Hunden, wie auch immer ihr sie nennen wollt, zockt Ist schon mal ziemlich geil, ist gut, die Xtreme mitzuziehen Ja, Freude auf den Banner Ihr alle seid nicht so begeistert wie ich, habe ich gestern in den Kommentaren festgestellt Ich freue mich über den Arschbeck, deshalb Morgen Am Donnerstag Um 19 Uhr Live Hier auf YouTube Ein großes Ich hoffe es wird erfolgreiches Trio The Danger Livestream Opening Wir werden morgen um 19 Uhr Schreibt es euch im Kalender auf Hier auf meinem YouTube Kanal Die 3 Wölfe ziehen Punkt aus Ende, wir schaffen das Mit eurer Community Genki-Dama-Power Wird das hoffentlich möglich sein Bitte seid dabei, bitte unterstützt mich Bei dem Zielversuch, die ganzen zu bekommen Ähm, by the way Da müssen wir kurz darüber reden Ähm, das Problem nämlich ist Noch bei den Wölfen Generisches Universum Sieht bisher so aus Das sind alle generischen Universumshelden Bedeutet, es ist ziemlich schwer Die, ähm, gebuff zu bekommen Der einzige was das auch kann Ist Ribrian Die bufft nämlich auch Ähm, generisches Universum Bedeutet, du hast Theoretisch gesehen Jetzt nur die 3 Wölfe Als Hauptcharaktere In deinem Team Dann kannst du Ribrian und Kakunza Auf die Ersatzbank setzen Und dann wird's schon schwierig Ne, was willst du denn noch Auf die Ersatzbank setzen Um die zu buffen Was aber zum Beispiel auch noch geht Ähm, ist die Episode Wir haben ja nicht nur hier das Genereischen Universum Das machen wir weg Sondern wir haben auch die Episode Äh, Universal Survival Saga Und da gibt's auch Charaktere Die, ähm, eben Dazu gehören zu dem Wolf Und so weiter Ihr seht's ja hier Gehen wir auf Lavender Zack Universal Survival Saga Also auch da könnte ein Buff kommen Bloß dazu sind Neuntes Universum Und generisches Universum Also alles, was irgendwie Diese Sachen bufft Kann dann im, ähm Sozusagen auch eure Wölfe In Zukunft buffen Wir haben das gleiche ja Ähm, am Anfang gehabt Mit Mächtiger Feind Da gab's ja auch nicht Wirklich viele Charaktere Die man zusammen spielen konnte Guckt euch die Scheiße jetzt mal an Bei Mächtiger Feind Kann man jetzt einiges machen Ein komplettes Team sogar Zusammenspielen Wenn man die jeweiligen Buffs Dann hat Die Charaktere Die halt Mächtiger Feind Auch buffen Also ja Derzeit Ist es ein bisschen Schwierig Ein richtig Krasses Hardcore Team Zu bauen Für Bergamo Basil und Lavender Aber hey Sobald noch mehr Generisches Universum Beziehungsweise Universal Survival Saga Helden kommen Wo auch dabei sein könnte Natürlich Bart Bruder Toppo Yo Bruder Bruder Oder auch Jiren und so weiter Könnten ja alle dazukommen In naher Zukunft Wenn wir jetzt schon immer mehr Dieser Universal Survival Saga bekommen Und wenn wir so hart drin sind In Dragon Ball Super Wo ihm auch Bergamo Basil und Lavender vorkommt Kann ich mir gut vorstellen Dass es nicht mehr So unglaublich lange dauern wird Bis wir Toppo sehen Bis wir Jiren sehen Und so weiter Und so weiter Also ich freue mich auf die Wölfe Und bin gespannt Wie sie sich spielen werden Falls Ich sie ziehen werde Problem ist aber auch Was ihr jetzt vielleicht Ein bisschen rausgehört habt Eigentlich Braucht ihr alle drei Wölfe Und alle drei Wölfe rauszuziehen Aus einem Banner Der keine garantierte Sparking hat Der keine Tickets gibt Oder irgendwas Um diese Helden Hundertprozentig zu ziehen Das wird verdammt schwer Wir haben hier drin Zwar nur Zehn verschiedene Sparkings Also wenn wir ein Sparking ziehen Ist die Chance relativ hoch Dass einer der drei Neuen wird Es könnte aber auch Was anderes werden Wie Kevlar Wie Hint Wie Zenkai Erweckung Piccolo Vegeta Und so weiter Also Problem ist halt echt Ihr braucht eigentlich alle drei Ihr braucht echt alle drei Müsst ihr euch gut überlegen Ob ihr da rauszieht Ist gefährliche Sache Wenn nichts garantiert ist Müsst ihr für euch selbst überlegen Ich kann auch nicht sagen Jo macht das Denn Wie gesagt Es ist ein neues Team Es ist alles neu Ihr braucht eigentlich alle drei Ist leider so eine Sache Deswegen brauche ich morgen Um 19 Uhr All eure Genki Dama Power Was aber noch neu ist Wir haben Shop Angebote Gucken wir gleich rein Was aber noch krass neu ist Ist der Zenkai Boost Die Zenkai Erweckung Von Nappa in Xtreme Letztens haben wir Raditz Endlich mal Zenkai erwecken können Free to Play Raditz wurde dadurch echt gut Und jetzt können wir Nappa In seinem eigenen Event Free to Play Zenkai Erwecken Finde ich ziemlich cool Dass die alten Charaktere Wieder mehr Liebe bekommen Und Dass das Ganze kostenlos ist Das ist mir auch verdammt wichtig Ähm Dann dürft ihr bloß nicht vergessen Eure Würstchen zu sammeln Ja Das Ganze geht noch weiter Wir sammeln noch immer Würstchen Ähm Im Kaba Event Und so weiter Ihr seht es ja überall Wir sammeln fleißig weiter Würstchen Das dürft ihr auf keinen Fall vergessen Sammelt eure blöden Herbst Würstchen Leute Dann wurde angekündigt Ähm Sechzehnten Zehnten Also Am Freitag Kommt das Cooler Event Ähm Erneuerung Von Die ultimative Verwandlung Feine Form Cooler Spielt das Event Noch einmal Und holt euch die Belohnung Erneut Ähm Du kannst dir also insgesamt Wenn du das durchspielst Bis Stufe 50 1000 kostenlose Zehkristalle Nochmal holen Ziemlich geil Und es gibt ein Item Genau Es gibt ein neues Ausrüstungsteil Für Freezer Auch ganz cool Also es lohnt sich auf jeden Fall Das cooler Event Ähm Am Freitag dann zu spielen Vergesst das bitte nicht Dann Senkai Erweckung von Vegeta Ist wieder da In der Beschwörung Äh Ähm Das nächste Oh das ist ganz gut Das nächste Ähm Online PvP Season Event Ist wieder da Super Dimensionsduell Und da könnt ihr eine Ausrüstung bekommen Die ziemlich cool ist Und zwar Gegnerisches Universum Wird dadurch gebufft Schlagangriff Fernangriff Und Lebensenergie Lohnt sich also Diese Ausrüstung In der Rangliste Zu farmen Ähm Um eben Wenn ihr habt Basil, Lavender und Bergamo Eine gute Ausrüstung Ähm Reinstecken zu können Damit sie stärker werden Lohnt sich also Als auch PvP Zu zocken Wenn man Interesse an den Wölfen hat Und der Dimensions Rush Event Ist auch wieder neu Bedeutet Ihr könnt wieder Rush Tickets farmen Easy peasy Nebenbei Im Autoplay Während ihr irgendwas Auf Netflix anguckt Oder natürlich gerne Meine YouTube Videos Noch besser als Netflix Hab ich gehört Und Meine YouTube Videos Sind fucking kostenlos Netflix nicht So Dann haben wir noch Ein kleines Update Ähm Bei Nappa Wurden die Fähigkeiten Zusammengefasst Ein bisschen geändert Und ähm Im Support Menü Heißen jetzt Punkte Anders als vorher Nichts Wirklich Interessantes Bedeutet Das Hauptinteressante Ist wieder Shop Angebote Gucken wir kurz rein Ähm Was haben wir denn da Das mit 50% Mehr Zeitkristallen Fürs gleiche Geld Finde ich nicht gut Würde ich nicht kaufen Eurer Stelle Näh Die Shop Angebote Sind leider Echt mal wieder Müll Dann wie gesagt Vergesst bloß nicht Eure Würstchen Abenteuer zu machen Ähm Ich fange damit Ja immer schon Am Dienstag an Deswegen habe ich jetzt Schon ordentlich Viele Würstchen Ähm Und kann jetzt am Mittwoch Schon ein bisschen entspannen Weil jetzt schon Einiges Bei mir Sachen Weglaufen Sozusagen Ich bin einfach schon bereit Wie viele Würstchen Haben wir gesammelt Wieder Von Dienstag auf Mittwoch Es sind Äh Es sind Ja Wieder 21.000 Würstchen Einfach so Und Leute Hier gibt es auch Tickets Nicht vergessen In den Würstchen drin Also die Würstchenfarmen Lohnen sich sowieso immer Es dauert nicht lang Du machst es nebenbei Und fertig Ähm Ihr seht ja auch Missionen gibt es auch Schon wieder Ähm Das mit Baradoc Läuft noch zwei Tage Habe ich nicht Freigeschalten Kein Bock da 2000 Zeitkristalle Auszugeben Und dann Gleiche wie damals Bei Trunks Und So ein Goten Die neu waren In diesem Legends Allstar Banner Auch hier wieder Wenn du es schaffst Bergamo zu ziehen Aus dem Banner Kannst du sagen Kannst du sagen Jo Jetzt habe ich ihn Auf zwei Sterne Ist okay Habe ihn einmal gezogen Du könntest Du könntest Für 2000 Zeitkristalle Das hier freischalten Und dir nochmal Zweimal Bergamo Farmen Plus dazu noch Ähm Items Die nochmal das Ähm Die nochmal die Z-Level erhöhen Also ja Pff Ganz ehrlich Ich finde es Zu viel Aber ja Hey Wie hoch ist die Chance Dass du mit 2000 Zeitkristallen Zweimal Bergamo ziehst Die Chance ist da Aber sie ist nicht krass da Ne Also theoretisch Kann sich's lohnen Ist aber schon ein bisschen Pay to win Und ich würde es nicht kaufen Leute Ich würde es nicht unterstützen Denn wir hoffen Dass der Scheiß wieder weg geht Ne Dass das wieder weg geht Wir wollen das nicht Ne Wir wollen auch keine Fucking Banner Die ganze Zeit Wo man Ähm Keine garantierten Sparkings hat Ne Aber wir haben noch immer Unsere 20erziehung Im ersten Legends Allstar Dort wo wir auch schon Versucht haben Live auf YouTube Ich glaube es war YouTube Ähm Trunks und Gurten zu ziehen Haben wir es geschafft Müsst ihr euch angucken In meinem Livestream Opening Zu Trunks und Gurten Ob wir es geschafft haben Bäm In der 20erziehung Leider nur ein Chaco Der mir das Mikrofon Ins Gesicht hält Danke Ich hab hier schon ein Mikrofon Nehm ich auf auf Oder reden wir mir selbst Ich nehm auf Okay Und Dann haben wir noch Eine 20erziehung Natürlich bei Bergamo Da gucken wir auch rein Also wie gesagt Ich weiß Der Banner ist scheiße Weil man keine garantierte Sparking hat Weil man Ähm Keine Tickets bekommt Beim Step Up Banner Bla 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 Keine kostenlose Ziehung Man braucht pures Glück Um Lavender Bergamo Und Basile Zu ziehen Und du brauchst Eigentlich Alle drei Man braucht Arsch viel Glück Ich weiß Deshalb brauche ich morgen Wie gesagt Ich hab ne Sparking Deshalb brauche ich Was Morgen unbedingt 19 Uhr Hier live auf YouTube Eure Power Oh LOL LOL Damit Ist nun Mein GotKey Team Wesentlich stärker Als zuvor Nice Ich hab Vegeta gezogen Grüße gehen raus An Diana Leute Ich hab Vegeta gezogen Uh Lul Lul Der ist neu für mich Ich hab den noch nicht Denn lila Vegeta Der perfekt Ist Im GotKey Team Ich glaube auch Im Zukunftsteam Besser als Zamasu Hat er eine Animation Oh Der hat eine Animation Uh Leute Dreht mal mit mir den Kopf Man kann sich Seidlich angucken Oh geil Ist das cool Oh ist das cool Äh Da ist mein Bild aufgegangen Oh ist das nice Oh da freue ich mich Aus ner 20 Zeit Kristallziehung Bruder Aber Habt ihr noch gesehen Ja Wenn ihr eine Sparking Sieht Es ist halt leider Nicht garantiert Dass es Bergamo Basil Oder Lavender Wird Also wie gesagt Euch überlassen Ich freue mich Gerade trotzdem Den Arsch weg Und werde natürlich In mein Äh GotKey Team Dann gleich mal Reinpacken Ähm Zamasu hier Rauswerfen Denn Für mich Ich hab's auch festgestellt Beim Spielen Zamasu Ist doch gar nicht mal So krass Ja Und ich Finde ehrlich gesagt Es ist nämlich viel besser Wenn man da Zamasu rausnimmt Und eben den lila Vegeta rein Baut Aber wie gesagt Ist euch überlassen Was ihr spielt Natürlich ne Ich find's besser Aber ja Hey Die 20 Zeitkristalle Haben sich schon mal gelohnt Also Leute Das macht ihr bitte Sowieso auf jeden Auf jeden Fall Jeden Tag Zieht eure 20 Zeitkristalle Auch Wenn jetzt Ein, zwei Wochen Da nur Heroes Rauskommen So wie bei mir Das war mein erstes Barking seit langem Wieder aus 20 Zeitkristallen Aber hey Es kann passieren Und dann lohnt es sich Also Leute Gerne Meinungen Zum Update In die Kommentare Wir sehen uns Spätestens Morgen Abend Hier Um 19 Uhr live Mit Genki Dama Power Und Bruder Power Und versuchen Basil Lavender Und Beragamo Zu ziehen Haut hat rein Bis morgen Viel Spaß Wenn wir es auf der Endcard Einfach drauf drücken Weiter gucken Und Schaut unbedingt vorbei Heute wieder Auf meinem Kanal Rapids Openings Da gibt es wieder Ein Gewinnspiel Dragon Ball Karten Opening Da müsst ihr mitmachen Oder ihr habt die Kontrolle Über euer Leben verloren Ganz einfach Leute Haut rein Bis zum nächsten Mal Und Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Tschüss Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Untertitelung des ZDF, 2020